Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es mal um den neuen Amazon Echo Show gehen. Was der so drauf hat, wie er sich so im Alltag gemacht hat, was mir gut und vielleicht nicht so gut gefallen hat. All das gibt es im Video. Also, let's go! Starten wir erstmal mit dem Punkt Design. Hier hat sich auf jeden Fall einiges im Vergleich zum Vorgänger getan. Da hatte man ja so ein Retro-Design. Mein persönlicher Fall war es nicht so. Ich finde das neue Design des Amazon Echo Show deutlich, deutlich besser. Es wirkt einfach nochmal deutlich moderner und dadurch, dass jetzt auch der Display auf der ganzen Front ist, wirkt es irgendwie einfach stimmiger, finde ich. Zudem ist die Verarbeitung wie für den Echo typisch auf jeden Fall sehr hochwertig gehalten. Man kann also hier von einem gelungenen Facelift sprechen. Auf der Vorderseite hat man dann wie gesagt das 10 Zoll Touch-Display mit einer HD-Auflösung. Ist nochmal 3 Zoll größer geworden als der Vorgänger, somit auf jeden Fall nicht verkehrt. Das Bild an sich ist auf jeden Fall auch schön hell gehalten. Die Kontraste werden gut dargestellt und auch die Farben werden schön satt wiedergegeben. Somit ist es eigentlich auch ganz praktisch, dass man jetzt zum Beispiel Filme über Amazon Prime oder auch andere Videos zum Beispiel über YouTube anschauen kann. Allerdings gibt es hier keine YouTube-App, sondern es öffnet sich sozusagen hier die mobile Webseite von YouTube. Durch den Browser hat man dann natürlich auch die Möglichkeit auf allen möglichen anderen Webseiten etwas zu suchen. Über dem Display hat man noch eine 5 Megapixel Kamera, sehr sehr praktisch zum Beispiel für Skype-Anrufe. Darum herum befinden sich noch 4 Mikrofone und 4 weitere Mikrofone befinden sich auf der Oberseite. Somit soll gewährleistet sein, dass Amazon Echo einen eigentlich von jeder erdenklichen Situation versteht. Hat in meinem Fall auch eigentlich meistens ohne Probleme funktioniert. Auf der Rückseite hat man dann den Stereo-Speaker, welcher jetzt trichterförmig angeordnet ist und mit so einem Stoffbezug überzogen ist. Gefällt mir persönlich auf jeden Fall sehr gut, wirkt einfach sehr stimmig. Auf der Rückseite befinden sich noch einige Anschlüsse, wie zum Beispiel ein Micro-USB-Port, ein Stromanschluss ganz standardmäßig und dann noch einen Lockanschluss, zum Beispiel wenn man jetzt einen Kensington-Schloss damit verwenden möchte. Auf der Oberseite gibt es noch einige Bedienelemente. Hier hat man zum einen den Mute-Knopf, aber auch einen lauter und leise Button. An sich ist der Echo natürlich von der Funktionsweise her genau wie jeder andere auch, nur dass das Ganze halt auch auf dem Bildschirm wiedergegeben wird. Ich kann jetzt ganz normal meine Lichter darüber steuern, ich kann fragen, wie ist das Wetter, ich kann alles mögliche fragen, was ich halt vorher ganz normal über Echo auch schon machen konnte. Nur ich finde es halt ganz schön oder ganz angebracht, dass man jetzt auch genau sieht, was Alexa jetzt einem sozusagen sagt. Es wird bildlich dargestellt, ist auf jeden Fall ganz schön, finde ich. Und so kann man jetzt auch nochmal das Ganze ein bisschen besser noch nachvollziehen. Auf jeden Fall sehr, sehr praktisch finde ich das Ganze, wenn man jetzt irgendwie ein Rezept nachkocht. Da hat man nicht immer die Hände frei und so ist es auf jeden Fall deutlich, deutlich einfacher, wenn man da einfach ein Video oder halt das Rezept über den Echo Show laufen lassen kann. Und so hat man auch nochmal ein bisschen mehr Freiheit, um sich jetzt zum Beispiel aufs Kochen oder Sonstiges zu konzentrieren. Oder auch als Einsatzzweck auf dem Schreibtisch finde ich das Ganze sehr praktisch, zum Beispiel für Kalendereinträge oder wenn man jetzt Skype-Cords hat. Oder generell die Trending-Stories, die finde ich auf jeden Fall öfters mal interessant. Man hat ja auch einen Touch-Display, das heißt die Lampen oder andere Smart Home-Geräte kann man jetzt auch über den Bildschirm bedienen. Man ist hier aber relativ eingeschränkt, da halt Amazon hier mehr auf die Sprache setzt. Es ist natürlich auch ein Sprachassistent, dennoch hätte ich mir gewünscht, dass man vielleicht über einen Touchscreen noch so ein bisschen mehr agieren kann. Zum Beispiel, dass man jetzt einen Skill-Store hat, wo man jetzt verschiedene Skills herunterladen kann und so weiter und das Ganze nicht über die App machen muss. So wäre es auf jeden Fall noch so ein bisschen praktischer, gerade wenn man jetzt halt so ein Display hat, möchte man das vielleicht auch ein bisschen nutzen und nicht nur auf die Sprache setzen. Vielleicht kommt es noch per Update, würde mich auf jeden Fall freuen. Schauen wir uns kurz nochmal den Lautsprecher etwas genauer an. Verbaut sind zwei duale 50mm Treiber und dazu noch ein Bass-Radiator für die Tiefentöne. Und ich muss sagen, der Sound kann sich auf jeden Fall hören lassen. Für einen Sprachassistenten ist es meiner Meinung nach einer der besten Sounds, was man derzeit so auf dem Markt bekommt. Man erhält hier auf jeden Fall ein sehr schönes Klangbild, der Sound ist sehr klar gehalten und auch die Tiefentöne kommen hier gut zur Geltung. Die Lautsprecher ist zudem auf jeden Fall auch sehr, sehr laut, also wenn man das mal richtig aufdreht, da kann man auf jeden Fall schon etwas größere Räume damit gut beschallen. Gewünscht hätte ich mir vielleicht noch, dass hier ein Klinkenstecker integriert ist, zum Beispiel, dass man jetzt Kopfhörer benutzen kann, wenn man jetzt nicht möchte, dass jetzt andere Leute um einen herum den Film mithören, den man sich jetzt anschaut. Oder generell, wenn man jetzt zum Beispiel im Büro ist, möchte man vielleicht nicht, dass andere Leute um einen herum das mithören. Nun sind wir auch schon wieder am Fazit dieses Videos angekommen. Als in allem finde ich den neuen Amazon Echo Show wirklich ein sehr gelungenes Produkt. Es ist auf jeden Fall ein deutliches Facelift zum Vorgänger. Mir gefällt das Design auf jeden Fall deutlich, deutlich besser. Zudem bekommt man auch einen sehr schönen Sound und auch das größere Display. Und meiner Meinung nach ist auf jeden Fall auch der Preis für das Produkt berechtigt. Den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Ein Amazon Echo Show lohnt sich natürlich auch nur dann, wenn man jetzt das Display auch wirklich interaktiv benutzt. Also wenn man jetzt gar nicht auf das Display guckt und wenn einem das völlig egal ist, dann reicht einem auch ein Amazon Echo Plus oder normale Echo oder vielleicht auch ein Echo Dot. Da wird es in Zukunft auch noch mal ein Video geben, wo ich jetzt alle Amazon Echo Modelle, die jetzt aktuell auf dem Markt sind, ein bisschen miteinander vergleiche und schaue, für wen lohnt sich jetzt welche Echo. Also, wenn es nicht mehr was möchtet, einfach unten abonnieren. Ansonsten könnt ihr den Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.